Ah, Riesenbrücke! Über einen riesigen See. Aber die Brücke sieht letztendlich echt cool aus. Ich frage, ob es ein See ist oder was anderes. Es ist ein See. Was sollte es sonst sein? Ein Fluss, meinst du? Ja, genau. Oder ein Auslauf von einem Meer oder so. Nein, es ist kein Meer. Wir sind jetzt schon woanders. Sind wir schon so weit? Ja. Wir sind ja in Frankreich. Das hier ist kein Meer. Es könnte aber letztendlich ein Fluss sein. Es ist riesig. Wow. Okay, never mind. Ich glaube, es ist das Meer. Es ist vermutlich das Meer. Hä? Das macht geografisch wenig Sinn, aber es ist okay. Naja, wir sind tatsächlich auch am Meer entlang gefahren, wenn ich das irgendwie antizipieren konnte. Der Alex hat Mecker raus bestellt. Und jetzt holt er unseren Zettel wieder, weil er hat gesagt, ich kann ihn mitnehmen. Ich kann ja nicht. Das ist ein Frankreich-Werkaufs bestellen. Weil das ist so traurig bei uns, dass man so viel Müll macht. Und wie schmeckt denn Zitronenwasser? Nice. Nach Wasser mit Zitrone, was ich natürlich wirklich nice finde. Jenny hat auch einen Makarot probiert. Mein erster Makarot in meinem Leben. Boah. Ich habe schon tausende gemacht und noch nie welche gegessen. Ich habe gerade drüber gesprochen. Ich habe gerade drüber gesprochen. Ich habe dann den man vielleicht klaut. Und dann hat er auch sich gefragt, ob er auch bluten möchte. Und dann hat er nicht geantwortet. Und dann stellt sich daraus er hat nicht geantwortet. Und dann hat er die Person draußen, die uns klauen möchte. Ja. Wenigstens ist die Person gut versorgt, wie im Hotel Jenny üblich. Ja. Letzter Abend, by the way. In Van. Ich weiß nicht, was ich mir dazu sagen soll. Jenny kocht. One-Pot-Pasta. Ja, One-Pot-Pasta hier. Was die restlichen Tomaten so ein bisschen reißen. Tu nicht so viel Wasser rein. Entschuldigung. Das kannst du ja nachher immer noch machen, wenn es irgendwie... Ja! Nur als Vorschlag. Kannst du ja nachher immer noch machen, wenn du es brauchst. Du hast alles aufgeschlossen, was ich eingekauft hatte. Ja, das ist doch nice. Jenny kocht Nudeln. One-Pot-Pasta heißt es. Ja, Jenny kocht One-Pot-Pasta. Ganz ehrlich, aber das Problem ist, die Nudeln haben halt nicht genug Flüssig. Das wird sich gleich ändern. Gut, jetzt stopp Video, weil sonst krieg ich das wieder nicht reingeschnitten. Ja, okay. Wir stoppen jetzt mal das Video. Tschüss.